willkommen zum neuen video hier auf meinem kanal heute mal kein blog ich will nämlich was neues starten so eine art skateboard tutorial und wir fangen heute an mit meinem neuen setup da erkläre ich euch ein paar tricks und hacks dann eine kaufempfehlung für skateboard anfänger und zu guter letzt werde ich noch hier tricks mit meinem neuen setup machen ja wo sind wir hier eigentlich wir sind in schwarzemach an der saale kirchenlamitzer straße 20 bei black rams im schönen skate shop da kann man sich mal umschauen hier wenn ihr auf jeden fall ein setup braucht kommt vorbei ist auf jeden fall eine empfehlung wert also kommen wir zum ersten punkt meinem setup wieso will ich jetzt überhaupt neues setup also die achsen fahr ich jetzt schon sozusagen gutes jahr cool lager und alles sind eigentlich auch noch fit aber das board ihr seht es ist komplett runter und einfach mal was frisches jetzt so fangen wir an mit meinem setup was fahre ich eigentlich also ich habe hier ein in petto skateboard in 8625 medium shape was heißt medium shape also ihr habt ja hier eine gewisse concave im bord drin es gibt medium deep und low shape also low shape wert ziemlich geradig hier und das ist eben so ein mittelding sieben schichten sollte so ein skateboard haben mit epoxy geleimt das wird hier kanadisches ahorn also super qualität und die graphic ist passend für den sommer super fresh ja beim thema shape habe ich jetzt schon ein paar punkte genannt aber es gibt natürlich auch andere skateboards dann nehmen wir mal hier so ein welcome skateboards da seht ihr es ganz verrücktes shape also die form variiert da heutzutage schon extrem ja was kostet jetzt so ein skateboard also ihr müsst ungefähr rechnen zwischen 45 beziehungsweise eher 50 euro bis 70 euro in dem profi segment ja am ende des videos mache ich dann auf jeden fall noch mal eine komplette summe für euch was jetzt mein setup insgesamt kostet und verlinke euch natürlich die sachen auch unten dann mit dem grip tape hier habe ich jetzt no name anti bubble grip tape was heißt an die bubble das heißt wenn ihr das später drauf macht auf skateboard bilden sich keine blasen es hat hier so ganz viele kleine löcher es gibt verschiedene körnungen von den herstellern aber die sind meistens nicht angegeben und standardmäßig kommt zum grip tape in 9 inch breite thema preis bei dem grip tape liegen wir jetzt hier bei seinem normalen bei 499 geht aber auch je nach grafik hoch bis zu 15 euro also grip tape und bord das schrauben wir schnell mal zusammen was braucht ihr dafür braucht was zum ausreiben und ein scharfes cutter messer ich ziehe das grip tape komplett ab dann nehme ich mir das sport so her ich nehme das immer so auf spannung klebt das hier auf nose und tail schaut dass es schön mittig ist dann einmal in die mitte und jetzt seht ihr auch schon wieso anti bubble keinerlei blasen hier so wenn es ausgerieben ist mache ich mir immer hier kleine ecken rein so wenn ihr das jetzt schneiden wollt passt mit dem winkel auf wie ihr das messer haltet weil sonst schneidet ihr euch ins board also am besten gerade und zu euch ziehen mega so wenn ihr es ausgeschnitten habt nimmt noch ein stück von dem grip tape schreibt hier einmal außen rum wieso wenn ihr dann später zum skaten anfangen kann es sein dass ihr euch hier so kleine kanten rausbrecht deswegen kurz diese kante wegschleifen dann ist es ready nehmt euch noch einen spitzen gegenstand könnte ich hier noch die löcher ausstechen gut ready nächstes thema achsen ja man streitet sich ja immer hollow nicht hollow ich habe jetzt hier die independent 159 die eignen sich für skateboards zwischen 8 5 und 8 7 5 kleiner heck noch von meiner seite ich mache immer hier den unteren ring raus dadurch haben die gummies dann mehr spiel am anfang ich kann die achse noch mal weicher einstellen weil die gummies am anfang noch recht hart sind das move achsen ist einfach das beste zum preis liegen aktuell bei 42 99 sind jetzt für zwei achsen 86 euro setzt nicht gerade wenig alternativ dazu kann ich auf jeden fall die titus lights empfehlen die gibt es auch in 85 und sind preislich jetzt hier bei 30 euro pro stück das heißt 60 euro man spart sich hier 26 euro hat eigentlich auch eine hollow achse die super leicht ist super stabil und ja auch vom schnitt mega geil aber ich bleibe jetzt hier mal bei der 159 das heißt bei der etwas breiteren achse für das 8 6er bord wie können jetzt gute achsen erkennen sei es jetzt ein komplett skateboard oder sowas schaut immer dass dieser kingpin hier auf jeden fall unter dem hänger ist weil da wollt ihr später darauf grinden und zum anderen zu einer achse damit die wirklich funktioniert sollte die jetzt nicht nur einfach gerade runter lenken sondern auch mit einlenken ja dass ihr hier richtig geil um die kurven kommt schaut am besten mal beim kauf dabei wenn ihr wirklich so ein kompletter ab ich pack mir auch immer hier unter die achsen solche riser pads nennt man die dadurch habt ihr einfach noch mal ein bisschen mehr platz hier zwischen bord und rollen und vermeidet vor allem hier ihr seht schon so wie bei zwei weichen achsen nicht ganz vermeidbar auch gerne hier eine schicht wachs drunter schmieren ja was ich gemerkt habe vor allem eine schicht gummi hier nimmt schon extrem viel impact weg das heißt schon eure knie langfristig thema schrauben schrauben nämlich ein inch hier habe ich jetzt die titus 1 zoll brauche ich deswegen weil ich achse das riser pad und sport haben eine gewisse länge und da muss die schraube auf jeden fall durchkommen so wollen wir das ganze weiter zusammen schrauben dazu stecke ich immer erst die schrauben durch dann hier riser pads drauflegen dann nehmt ihr die achse nimmt hier eure muttern und dann knallt ihr das ganze fest mein hack dafür nehmt oder kauft euch vor allem langfristig gesehen ein tool hier mit integrierter ratsche dann tut ihr euch beim zusammenschrauben auf jeden fall die nächsten jahre leichter achsen sind jetzt drauf und jetzt wie gesagt den unteren ring einfach raus machen eigentlich schraube ich die jetzt nur bündig hier oben dass die hier super soft sind dann passt der lack jetzt sieht man das zum beispiel auch was ich vorhin gemeint habe eine achse sollte nicht nur vertikal einfach runter gehen sondern auch mit einlenken das heißt hier diese rotation mit drin haben dann kommt ihr auch schön um die kurven also achtet da auch mal bei euren achsen drauf ob die das machen oder nicht weil sonst ist das ganz komisch im feedback einfach ihr lenkt ihr lenkt voll ein und es tut sich nichts das board lenkt nicht also ja wie soll es auch anders sein ich fahr ja für titus tornadoes ich muss sagen ist echt geil weil die kommen hier extra mit seiner speed cream und auch schon mit den spacers die kommen ja dann zwischen den rollen und hier haben die kugel aber so einen kunststoff käfig und ja haltbarkeit ist ziemlich gut also ich fahr die jetzt zum beispiel seit drei monaten und man sieht also eigentlich funktionieren die noch mega das einzige problem ist jetzt extrem runter gedanzt also ich müsste dann wenn ich die mutter unternehmen das gewinne noch mal nachschneiden und eine neue mutter am besten drauf setzen damit ich das weiter verwenden kann mein hack jetzt zum beispiel für die titus kugel lager hier ich kann die einfach um switchen und dann können die einfach hier die speed cream nehmen überall einen schuss rein das ganze verteilt sich dann wenn ihr die rollen montiert preislich wo liegen wir da jetzt das sind hier die superiors die extra klasse die kosten jetzt 40 euro aber alternativ dazu gibt es auch noch normale tornadoes die liegen bei 20 euro muss man einfach ausprobieren was für einen das beste ist also thema rollen sieht wie folgt aus ich bin die letzten zwei jahre immer diese bounce stf gefahren da gab es eine kollabung mit titus zusammen in der größe 54 millimeter kleiner würde ich auch nicht empfehlen wenn ihr jetzt zum beispiel auf der straße unterwegs seid oder kleine kieselsteine irgendwo auf dem weg sind da könnt ihr locker drüber fahren kleinere wheels machen im endeffekt kaum sinn weil ihr die schneller abfahrt und euch dann schneller wieder neue kaufen müsst also schaut am besten wheels ab 54 millimeter ich habe mir jetzt hier mal ganz neue wheels geholt das sind haze wheels gehe ich jetzt eben mal aus wheels werden ja meistens in shore angegeben das ist eine gewisse kunststoffhärte in der die rollen gemessen werden es gibt da einmal die leiste kategorie a und b hier habe ich jetzt 99 a und 83 b also das nimmt sich so gut wie gar nichts ich zeige es euch mal in der tabelle genau preislich liegen jetzt die haze wheels hier bei 40 euro die bones wheels ja die sind natürlich etwas teurer auf dem markt also die kosten 55 euro es gibt natürlich auch günstigere wheels für 20 euro allerdings sind die dann nur aus harten kunststoff das heißt extrem glatt die wheels ihr werdet langfristig damit keinen spaß haben hier so eine mischung aus hart und weich sind eben dazu geeignet dass ihr weniger flatspots bekommen muss sagen ich war die letzten jahre immer sehr zufrieden und bin gespannt wie sich hier die haze wheels schlagen ich werde euch dann jetzt am ende noch mal so eine gesamtsumme hier einblenden was das ganze setup euch kostet wie bekommt ihr jetzt am schnellsten die kugel lager in die rollen also ihr nehmt hier einfach die mutter weg dann steckt ihr das kugel lager mit dem käfig nach oben dann das spacer und käfig wieder hier oben rein ich mag es gerne wenn die weiße seite nach außen zeigt es wirkt einfach cleaner einmal kräftig drauf drücken zum fest schrauben zieht einmal wirklich fest ja dass sie auch merkt dass die kugel lager jetzt fest drin sitzen aber ich mache es dann noch mal einen schuss gehe ich zurück dass die minimal spiel haben es ist einfach von vom klang her was ganz anderes sonst klingt das echt wie so ein spielzeug hier als letztes noch mache ich immer meine sticker von den sponsoren drauf hier tornadoes auf die nose ja iced out board würde ich mal sagen dann hier gorilla ich mache nochmal einen sticker drauf sieht man das mike back sieht man das ja wie in so einer kochshow machen ich habe da schon mal was vorbereitet zweiter punkt das board haben wir jetzt fertig zusammengeschraubt gesamtpreis lag hier bei euro ich meine es ist eine menge geld ja aber darf nicht vergessen das hier ist jetzt ein profi setup also so fahre ich das so fahren viele pro stars man kann noch einsparungen betreiben hier eben bei den achsen oder bei den kugel lager bei den rollen und dann kommt ihr auch mal so bei 150 euro raus ich habe euch ja gesagt ich habe eine kaufempfehlung für euch und da habe ich hier dieses setup von in petto skateboards und preis leistung muss man sagen ist fast unschlagbar also für 100 euro gibt es das aktuell so ein komplett setup ihr müsst mal auf die website schauen ich verlinke euch das hier auf jeden fall mit tremendous achsen die sind mega hier abeg 5 kugellager und 52 mm rollen und ein siebenfach geleimtes auch an bord und das ist eigentlich meine kaufempfehlung für euch also ich habe damit auch schon ein paar schüler ausgestattet funktioniert super kleiner tipp für diejenigen die dann das ganze noch ein bisschen tunen möchten macht euch andere gummies rein riser pads rein und längere schrauben dann habt ihr hier noch mal ein bisschen mehr platz zum lenken und dann ist das ding tippitoppi ganz wichtig wenn ihr jetzt größentechnisch schauen wollt was fahrt ihr was wollt ihr fahren also ich würde sagen bis schubgröße 40 8 inch und alles darüber definitiv ein 8 5er board 825 geht auch noch aber breiter ist immer besser ihr sollt ihr auch richtig im skateboard drin stehen die schule hernehmen also ihr seht ich stehe minimal über das board klar ich kann auch ein 9 inch fahren aber für mich ist das das optimale mittelmaß zwischen technik und skaten wird skaten alles mögliche alterrain das hier wäre zum beispiel nach 2 5er ihr seht da würde mein fuß nur halb drauf passen das ist ja auch nicht geil wenn ihr als anfänger nur auf den zehn spitzen fahrt sucht euch wirklich ein schönes breites board aus wo ihr richtig schön im board drin steht genau wir skaten jetzt mal mein neues setup hier in der mini ramp also neues setup zu skaten ist so schwierig aber hier schau mal dass ich noch was hinbekommen kleine empfehlung noch zu schuhen hier die von nike speed müsst ihr mal aus checken die haben hier oben noch mal so eine schöne gummisohle und man sieht es ich glaube man sieht es also die halten echt ewig ob die sind jetzt schon gut eineinhalb monate alt jetzt nochmal fünf tricks in der mini ramp ich würde sagen der erste trick wechselt mit disaster mike jetzt machen wir nochmal die clean version ich hoffe euch hat das video gefallen es waren paar informative sachen dabei ihr konntet was dabei lernen wenn ihr irgendwelche fragen habt schreibt sie in die kommentare subscribe und teilen liken